Moin, hallo und herzlich willkommen. Matze wieder am Start. Und ja, wir sind mal wieder auf Bound Zero. Hat auch seinen Kronen. Und zwar müssen wir Peacekeeping Mission machen. Und das bedeutet, wir müssen hier Steffs erschießen 12 Stück. Unter anderem auch auf dieser Map. Und ich muss sagen, also ich mag ja, ich mag Hauen Zero. Manche mögen es nicht, ich weiß nicht warum. Es gibt doch keine Map, die ich nicht mag hier. Das ist total Kopfgeschmack. Alle Maps. Ich habe da keinen Liebling oder so. Oh Mann, was ist denn das für ein Hiking jetzt schon die ganze Zeit? Jetzt kommen wir noch Päckchenloses dazu. So, nach dem Motto, erst hat er kein Glück. Und dann kam auch noch Pech dazu. Ah ja doch, das kann man mal mitnehmen. Dann brauche ich es mir nicht kaufen. Ist auch recht teuer sozusagen. 20.000, die Mat-Tools. Also ist ein Slot schon gerechtfertigt, wenn du so willst, wenn man von einem Wert von 10.000 pro Slot ausgeht im Schnitz. Also weniger sollte es im Schlot liegen haben. Das wäre vergeblich. Liebes mir höchst, dass du gehst mit einem Lernster draußen. Also das sage ich auch lieber. Ich nehme lieber die Rolle Scheißaus Papier mit. Bei der ich für Therapist immerhin noch 5.000 kriege, als dass ich den Slot leerlasse. Aber wenn ich natürlich die Slots voll habe, versuche ich wenigstens, oder die Möglichkeit die Slots voll zu machen, dann auch Gegenständen. Und wenn man vom Scheißaus spricht, die halt schon ein bisschen wertvoller sind als 5.000. Ich kann sie sehen. Ich kann sie sehen. Team May down. Ich kann sie sehen. Vielleicht noch mal eine Skepsis. Du öter Hund. Das war's für heute. Da verklebt sich wohl einer an die Idee oder was ist das? Er verlustiert sich mit den großen Geräten. Das war's für heute. gleich haben es geschafft hier so Er hat nur Schund bei sich... Schmutz- und Schund-Lieferatur. Ist hier noch irgendwas? Da kommen wir hier rein. Äh, ich halte da meinen scheiß Tauchkopf. Nehmen wir mal vorsichtshalber mit. Das ist ja eine Quelle der Inspiration. Dieser Tisch. Aber einer prompt da unten noch rum. Er wacht seine toten Kunde. Er wartet darauf, dass ich so looten komme. Naja, gut. Ich meine, ich freue mich. Ich nehme den auch mit. Klar, keine Frage. Das ist jetzt nicht mehr so lebensnotwendig wie am Anfang. Locals? Ich bin nicht von hier an. Ich bin noch nicht mal zugezogen. Ich bin bloß auf der Durchreise. Jetzt muss ich raus... Ich bin doch schon süß. ist das jetzt hier auch noch zu öffnen hat man eben nicht so schlecht gesehen so lila aljoscha oh schein nicht disconnect sondern wir sollten machen packet losses disconnect das rote geplinke da oben schon wieder sehe da kommt mir schon mal die wurst kommt mir ein meter wurst sag ich euch meterware na los na los mann den schlubber kriegen wir mal von dahinten wo haben wir dran denken können oh herring das ist gut herring brauche ich meine fresstasche die ich mir barriere besorgen dann ja 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 Ja, danke. Kann man machen. Schlimmer als die PMC ist. Der Arm ist schon wieder weg. Das ist schon wieder weg. Okay, it's good. 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 Okay, let's go. 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 Okay. Okay, let's go. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was? Oh, it's finished Nein 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Komm her, dein Schrott. Okay. Okay. We got a bandit. BFB, Starlight! Fuckin' Rusty! You were gonna do it! Shit! I don't have cash on you! 1. 2. 3. 4. 4. 4. 4. 7. 5. Los, bezahlen, bezahlen. Jetzt bin ich gespannt, wie viele PMCs ich hier kalt gemacht habe. Also, ich glaube, drei, vier, fünf, fünf vielleicht, vielleicht sechs. Ich weiß nicht, ob der letzte jetzt noch umgekippt ist oder so. Stimmt, oh ey, ich musste ja los. Ich habe ganz vergessen, dass das hier eine Minute dauert mit dem extra Hirn. Ey, da waren wir keine Sekunde zu früh hier am Start. Also, auch bloß zwei Skeps erschossen. Wo ist das? Bin ich drauf, was? Hä, Peacekeeping? Ach ja. Drei sogar. Oh, ganze drei erschossen werden sie. Oh, mein Vlies ist fertig. Ein Kanister. Ich weiß nicht so viel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Stück. Ey, es war Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist die Hölle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.